Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle D. Ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit der Numerologie, mit der Astrologie und auch mal mit dem Human Design System, um dich bestmöglich weiterzubringen. Wir sind ein kleines Team von Kartenlegern, Beratern und so, suchen immer noch Verstärkung, bieten auch Workshops und Ausbildungen an. Du kannst, um zum Beispiel eine Beratung zu buchen oder mehr Infos zu bekommen, uns einfach auf WhatsApp anschreiben, halt einfach mit dem Anliegen, was du halt möchtest. Und das ist dann halt erstmal ganz unverbindlich und du kriegst mehr Infos oder du stüpperst dich einfach mal auf meiner Webseite durch. Das steht alles unten in der Infobox micheldirel.com und es würde mich super freuen, wenn du mich auch auf Facebook adden könntest. Und auch danke für ein Like und für ein Abonnement. Ja, das ist jetzt hier eure Jahresprognose 2018, astrologisch sowie auch mit den Karten. Und ich wünsche euch viel Spaß. So, kommen wir mal hier zu den Fischen des Sternzeichen Fische. Im Jahr 2017 wurden die Fische relativ gebeutelt, so ziemlich von Saturn. Der geht jetzt aber raus in 2018 und wo es halt wirklich diese Reality Checks gab, wo man am falschen Ort war mit den falschen Menschen, hat sich das ja dann auch alles gezeigt und wurde extrem geprüft. Und das geht jetzt wirklich raus. Also wie halt eigentlich auch so, wie es ja meistens auch so ist, also wenn es eine Krise gab, dann wird es dann auch danach wieder gut. Und so ähnlich ist es hier auch. Also was hoch geht, geht auch irgendwann mal runter. Und das Jahr 2018 zeichnet sich viel, viel positiver. Also da heißt es, dass der Fisch auf jeden Fall sehr viel Glück hat, auch viel Erfolg im Beruf und vor allen Dingen auch den eigenen Weg geht richtig, ja. Also auch echt die eigene Karriere verfolgt auch und vor allen Dingen auch gelernt hat auch wirklich, auch dadurch, dass es auch viele Arschengel gab, ja. Viele Leute, die einem auch ans Bein gepisst haben, auf Deutsch gesagt. Traut man sich auch viel mehr und viel schneller mal Nein zu sagen. Also ich glaube, das war jetzt vielleicht mal gut in diesem Jahr, ne. Das ist jetzt so, so wie ich das jetzt nochmal zusammenfassen möchte, weil gerade der Fisch ja auch oft einfach zu liebenswürdig ist für diese Welt oftmals, ja. Also ich gratuliere allen Fischen, dass, ja, es da wirklich, ja, Licht am Tunnel gibt, Leute. Und es ist kein fahrender Zug, ja. In 2017 war es ein fahrender Zug und jetzt ist das wirklich in Volks, also wirklich Erfolgserlebnisse und auch viel Chancen in der Liebe. In der Liebe und im Job wirklich den eigenen Weg zu gehen. Was will man mehr? Und vielleicht auch für den einen oder anderen auch ein totaler Neuanfang. Und jetzt möchte ich euch noch ein paar Karten ziehen hier. Einfach mal so hier aus dem Tarot nochmal wirklich allgemeine Tendenzen für das Jahr 2018. Und ich nehme jetzt gerade mal die. So, ja, es kann gut sein, dass du auch wirklich erstreitest, was du da gerne hättest. Es kann auch sein, dass du auch relativ aggressiv sogar bist hier in deinem Fortkommen, in deinem Vorhaben. Oder vielleicht auch noch so Altlasten mit dir trägt sozusagen. Aber naja, die nächste Karte schauen wir mal. Wir haben die vier der Stäbe. Ich habe eigentlich das Gefühl, die Karte sagt mir viel, viel mehr, ja. Auch wenn es jetzt nicht die traditionelle Bedeutung ist. Aber ich kriege rein, man prescht nach vorne. Vielleicht nicht so unbedingt aggressiv, aber doch mit einer Wut, die einen doch nach vorn bringt, weißt du. Das muss ja nicht gleich ein Krieg sein. Das muss ja auch nicht gleich blutig enden. Aber es ist dieser Drive, diese Aggressivität, die bringt einen so nach vorne. Und das ist gar nicht mal schlecht. Vielleicht, ja, lässt du auch vieles hinter dir, was auch wirklich, ja, sich wirklich totgelebt hat. Und was man nur noch so aus Höflichkeit macht. Und dann ist es wirklich so, dass man hier eine Öffnung nach außen hat. Viele Kontakte, Vitamin B, ja. Es kann auch sein, dass du durch Kontakte, Freunde und so weiter oder überhaupt Kontakte im Umfeld auf jeden Fall auch Chancen und Türen offen stehen dir. Da brauchst du im Prinzip nur durchzulaufen und dir die richtigen Leute auszusuchen. Und vor allen Dingen Vertrauen. Gott vertrauen, Vertrauen in dich, Vertrauen in deinen Drive hier. Und jetzt in der Kombination hier mit den drei Karten sehe ich das hier auf jeden Fall als positiv an. Und es ist so, ja, das ist jetzt hier nicht die schönste Karte. Aber jetzt so in der Kombi finde ich die, mir kommt einfach rein, diese Aggression, die nutzt du jetzt für dein eigenes Fortkommen. Weißt du, was ich meine? Ohne Leuten zu schaden. Aber du gehst halt einfach aus der fucking Tür, wenn es dir reicht. Und das finde ich irgendwie sehr positiv gerade. Jobmäßig mal eine Karte. Und dann möchte ich auch wieder nur so Stapel hin und her schieben, weil ich habe auch schon live gemischt. Also nicht live gemischt, das ist Blödsinn. Ich habe vorher alle Karten gemischt. Und schiebe dir das nur so rum, damit es immer noch so ein Zufallsprinzip ist. Weißt du, was ich meine? Ich möchte jetzt nicht so ewig mischen. Das ist so der Punkt. Ja. Schau mal, Vertrauen. Hören Sie auf Ihr Herz. Ja, saukool. Also liebe Fische, wir haben jetzt schon wirklich den Hierophanten hier liegen. Der steht von Vertrauen und vor allen Dingen von Schutz. Du bist beschützt. Also das heißt, wenn du schon immer was verwirklichen wolltest, was machen willst, vielleicht ist das auch Heirat. Heirat und irgendwie die passenden Heiratskandidaten, das kann es auch sein, ja. Und vor allen Dingen auch wirklich die Spreu vom Weizen trennen und gleich aus der Tür gehen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und hier Vertrauen und vor allen Dingen Fische sind ja auch hellfühlig und alles mögliche. Und das letzte Zeichen vom Zodiac. Ich bin auch ein Fisch. Ja. Vertrauen. Hören Sie auf Ihr Herz fertig aus? Also ich lasse es mal so stehen. Was sagt uns denn so die Liebe hier? Was sollen wir hier beachten in diesem Jahr? Ah, die will schon. Komm, nehmen wir mal gerade die. Schau mal. Je mehr wir unseren Partner zulassen, desto mehr lassen wir uns selbst zu. Ja, und schau mal. Vielleicht geht es auch darum, eben zu vertrauen. Okay? Okay, also das passt schon wieder wunderschön hier alles Mögliche zusammen jetzt. Wir haben den Hierophanten, der spricht für Heirat und Vertrauen, aber auch für sehr traditionelle Strukturen. Also eben auch Heirat ist ja auch sowas traditionell amtliches. Dann Vertrauen im Job, Hörer auf dein Herz. Und jetzt nochmal hier in der Partnerschaft. Die Karten, die sind übrigens in der Infobox als Liste, ja. Also auch einfach mal so, wer das wissen möchte. Ja, je mehr wir unseren Partner zulassen, desto mehr lassen wir uns selbst zu. Okay. Vielleicht ist das jetzt noch die Hürde, so nach diesen, ich sag mal, Widrigkeiten aus dem letzten Jahr auch wirklich auch die anderen auch auf einen zukommen zu lassen. Das könnte vielleicht noch für den einen oder anderen hier noch ein Thema sein, ja, der vielleicht mit Wut noch irgendwie herumläuft. Die Wut loslassen, die Wut auf die Vergangenheit loslassen, denn jetzt geht es in die Zukunft, meine Lieben. Ja? Ja gut, was soll ich euch noch sagen? Komm, wir nehmen noch so eine, ja, eine Krafttierkarte. Eine Krafttierkarte und dann ist es gut, weil 2018 ist für Fische in Ordnung, wirklich. Da brauchen wir auch nicht ewig Karten ziehen. Ich denke, das ist dann auch ganz passabel so. So, wir haben hier den Elefanten, die Weisheit. Ja, meine Lieben. Und vor allen Dingen, diese, diese, das ganze hin und her, die, ja, das, wie heißt denn das, vom Spreu vom Weizen trennen. Die Trennung von Spreu, vom Spreu und vom Weizen hat doch auch sehr weise gemacht. Geben wir es doch zu. Ja, es war nicht immer einfach. Viele, viele Brücken wurden abgetrennt und so weiter. Aber wir haben die Weisheit, wir können auf unser Herz hören, wir können unserer Fügung vertrauen, wir können absolut unserer Intuition, unserem Bauchgefühl mega vertrauen. Und ich hoffe, dass, ja, wir auch vielleicht noch die alten Verletzungen noch gut loslassen können, hoffentlich, ja. Und dann wird doch schon alles gut. Ja, das war jetzt für die Fische hier die kleine Jahresprognose astrologisch und mit den Karten. Ich denke, ich lasse das mir jetzt so stehen. Ich denke, das wird schon alles cool. Also auf jeden Fall astrologisch ist das wirklich ein Topjahr auch. Ja, wirklich genau das Gegenteil von 2017. Danke und bis dann. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Wenn du eine Jahresprognose fürs ganze Jahr haben möchtest von uns, wir machen das auch wirklich in Kombination mit den verschiedenen Systemen hier, Astrologie und auch der Numerologie, Human Design, ja. Dann kannst du uns sehr gerne einfach schreiben per WhatsApp unten in der Infobox die Nummer oder einfach uns adden auf Facebook. Da freuen wir uns sehr drüber und auch über ein Like. So eine Jahresprognose für alle Themen und auch für das, was dir am Herzen liegt und was du auch manifestieren möchtest tatsächlich. Und Wege dahin gibt es für nur 50 Euro. So im Komplett. Und auch wirklich für alle, also wir zeigen da auch Alternativen, ja. Wie man auch wirklich auch, ja, mit den Energien umgehen kann tatsächlich, um halt gut durchzukommen. Also das ist mehr als nur so eine Prognose, was dann wird. Weil wir haben ja auch viel, wir können ja auch auf Sachen reagieren. Okay, also das wäre sowas, was wir noch anbieten. Übrigens, numerologisch, das Jahr 2018 reduziert sich auf eine Elf. Das ist die Zahl der Vision, das ist die Zahl der Manifestation und der guten Zusammenarbeit. Auch, die steht auch für Magie im positivsten Sinne, ja. Ja, es ist natürlich so, man kann die Magie positiv anwenden oder auch negativ. Also die Elf, die manifestiert eben sehr, sehr schnell, ja. Und da werden Gedanken sehr schnell manifestiert. Und wir müssen immer daran denken, dass wenn wir etwas wünschen, es immer eine karmische Komponente hat. Das Beste ist, das Positive für sich zu wünschen, fertig. Ja, ganz ehrlich, weil ich finde, einfach nicht so sehr, nicht so sehr negatives Aussenden. Sondern halt für sich gucken und für sich wünschen. Und zwar im Kontext mit allen anderen, mit Tier und mit Mensch und mit unserer Umgebung. Weißt du, was ich meine? Weil, und das reicht, finde ich, auch schon. Man kann natürlich auch die positivsten Sachen auch für Freunde, Familie und für andere in der Umgebung wünschen. Und das ist auch super. Das soll man auch gerne so machen, ja. Aber um halt einfach, also was ich damit sagen möchte. Wenn man etwas Negatives zum Beispiel wünscht für jemanden oder für eine Situation, wo alle involviert sind zum Beispiel. Das ist einfach eine karmische Gefahr, die irgendwann auf einen zurückkommen kann. Ja, also was sprichst denn dagegen, wenn du einfach nur positiv für dich wünschst, auf dich guckst und für deine Leute, denen du was Positives wünschst. Das wäre, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. Denk mal darüber nach. Und ich glaube, das ist karmisch auch sauber. Und die Wünsche können sich ja dann auch manifestieren. Okay? Ich finde, es gibt nichts Blöderes, als wenn man irgendwie zu sehr über andere spricht. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Mach aber auf jeden Fall damit bitte, was du willst. Es ist nur so, wie ich das jetzt gerade gelernt habe in meinem Leben und eben aus dieser Perspektive heute so sehe. Auf jeden Fall, die 11 ist eine tolle, tolle Zahl, um wirklich Wünsche zu manifestieren. Auch eine tolle Partnerschaft zu finden im Allgemeinen. Natürlich kommt es wieder auf das allgemeine Horoskop von dem Sternzeichen an oder beziehungsweise auf dein eigenes persönliches Horoskop auch sehr, sehr an. Ob das dann für dich eben mehr eine Herausforderung darstellt in diesem Jahr oder du davon wirklich profitieren kannst von der ganzen Energie. Okay? Gut, aber das wäre jetzt einfach nur mal so mein Wort auch zur Numerologie. Und ich bedanke mich und danke fürs Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und vielleicht hören und sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.